Kapitel 1 Super, denkt Jan. Er sieht einen kurzen Moment aus dem großen Fenster. Sonnig, keine Wolken, das Wetter einfach toll. Er freut sich. Seine Freundin Maja kommt heute zu ihm auf den Reichstag, zum ersten Mal. Er will ihr seinen Arbeitsplatz hier im Restaurant und natürlich auch ein Stück Berlin zeigen. Maja ist erst ein gutes halbes Jahr in dieser Stadt. Sie hat eine Stelle als Anwaltsgehilfin bei Dr. Welsch, einem bekannten Anwalt. Und sie arbeitet sehr viel. Für ein Touristenprogramm hatte sie bis jetzt keine Zeit. Der Blick von hier über Berlin, einfach großartig, denkt er. Zahlen bitte. Der Herr am Fenster hat es eilig. Ja, sofort. Ähm, Sie hatten ein Stück Kuchen, einen Tee, das macht 7,80 Euro. Stimmt so. Danke und einen schönen Tag. Ja, wünsch ich Ihnen noch. Hm, mein echter Berliner. Auch selten hier oben, denkt Jan. Meist haben wir nur Touristen und ab und an mal einen Abgeordneten. Er nimmt gleich den Teller und die Tasse mit. So, jetzt noch an dem Tisch da kassieren und Schluss für heute. Wochenende. Ich gehe dann. Tschüss, bis Montagabend. Ja, mach's gut und viel Spaß, ruft sein Kollege und lacht. Er weiß von Jans Verabredung mit Maya. Jan zieht seine Jacke an und geht aus dem Dachgartenrestaurant. Maya und er sind an der Glaskuppel verabredet. Das sind nur ein paar Schritte. Ich bin schon ein Glückspilz, denkt er. Ich arbeite da, wo andere Schlange stehen für den Eintritt. Jan freut sich. Zuerst zeige ich ihr Berlin von oben. Er geht an die Brüstung und genießt die Aussicht. Er schaut auf seine Armbanduhr. Es ist Viertel vor eins. Maya muss jeden Moment da sein. Vielleicht trinken wir erst noch eine weiße, dann... Entschuldigen Sie, sind Sie aus Berlin? Können Sie mir sagen, was ich von hier oben so alles sehe? Neben Jan steht eine ältere Dame mit einem Stadtplan in der Hand. Ja, ich bin Berliner und... Ja, ich kenne mich ganz gut aus. Das ist ja prima. Sie strahlt ihn an. Jan schaut auf seine Uhr. Ein bisschen Zeit hat er noch. Ja, gerne. Also fangen wir doch gleich hier im Westen an. Das viele Grün da vor uns ist der Tiergarten. Und hier ist die Siegessäule. Ein bisschen weiter rechts sehen Sie das Bundeskanzleramt. Gut, manche Leute sagen, es sieht aus wie eine Waschmaschine. Und etwas weiter hinten liegt die Kongresshalle. Unsere schwangere Auster. Was für komische Namen! Aber vielleicht kann man sich so diese Gebäude besonders gut merken. Ja, das ist gut möglich. Jan lacht. Tja, und da hinten, der Mercedes-Stern da, der gehört zum Europa Center. Das ist Berlins erstes Hochhaus mit einer großen Einkaufspassage. Jan dreht sich nach rechts. Das Hochhaus da hinten im Norden ist die Charité, unsere große Klinik. Und daneben liegen die Gebäude der Humboldt-Universität. Da sitze ich am Montagmorgen wieder und lerne europäisches Recht bei Professor Thiele. Aber erst am Montag. Oh, Sie studieren Jura? Ja, im fünften Semester. Mein Mann war auch Jurist, Anwalt in München. Naja, es dauert noch, bis ich fertig bin. Ich arbeite auch noch hier oben in dem Restaurant als Kellner. Ein paar Stunden die Woche. Das ist gut. Dann haben Sie ein bisschen extra Geld. Und das kann man immer brauchen, meint die ältere Dame. Sie gehen ein Stück weiter und schauen Richtung Osten. Hier unsere Prachtstraße unter den Linden mit vielen Geschäften und Büros. Und da der große Fernsehturm am Alexanderplatz. Von da oben hat man auch einen guten Blick über Berlin. Der Platz gehörte doch früher zur ehemaligen DDR, oder? Ja, genau. So, und hier im Süden haben wir den Potsdamer Platz und das Sony Center. Ein Hochhaus aus Glas und Stahl. Und da ist das Filmmuseum. Hier sind Fotos von vielen deutschen Filmstars zu sehen. Am Potsdamer Platz gibt es auch viele Bars, Restaurants, Kinos und ein Theater. Na ja, alles, was der moderne Mensch so braucht. Ach, Berlin ist schon toll, nicht? Jan verbeugt sich und lacht. Ja, stimmt. So, wir sind wohl einmal rum. Haben Sie vielen Dank. Sie waren der perfekte Reiseführer. Freut mich. Und meine Wartezeit ist auf diese Weise auch vorbei. Wartezeit? fragt die ältere Dame. Ja, ich warte auf meine Freundin. Sie muss eigentlich schon da sein. Och, das ist ja wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und nochmals vielen Dank. Sie geht Richtung Aufzug. Nette alte Dame. Jan schaut auf seine Uhr. Was? Schon 20 nach 1 und keine nette junge Dame weit und breit? Was ist da los? Jan denkt nach. Hm, na ja, vielleicht muss Maya etwas länger arbeiten. Der Welsch ist manchmal schon so ein Arbeitstier. Boah. Zieh mal. foot